Rehorst hier. Freistormann. Am 21. September 2012. Was ist hier los? Zwei Mädchen. Hallo, Nachbarn. Super. Ja, die lachen über mein Auto. Ich hoffe ja nicht, dass sie über mich lachen. Freuen sich alle, wenn sie so was Schönes sehen wie mein Auto oder mich. So ist das bei den Kindleinen. So ist es. Drei. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Und Tschüss